Glück auf in Stolberg! Wir sind am ältesten Gebäude der Stadt. Das ist die Marienkirche. In Überlieferung auch Totenkirche genannt. Der Teil mit dem Glockenturm wurde Anfang des 13. Jahrhunderts erbaut. Die höhere Hälfte kam später dazu. Das Kirchlein ist eine spätgotische Hallenkirche. Es gab eine Zeit, da war die Stolberger Marienkirche dem Verfall preisgegeben. Eine Sanierung erfolgte durch die katholische Kirchgemeinde Stolberg ab Ende der 1980er Jahre. Nach 1990 standen auch staatliche Mittel zur Verfügung. Vom Stolberger Markt aus ist die Marienkirche am anderen Ende der Heerenstraße zu finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017